Ja, moin moin! Ich bin einer der glücklichen wenigen, die einen Zugang zu der Beta haben für Cardinal Strike 2 und gerade eben um 2.30 Uhr ist ein Update erschienen, welches die Karten etwas gewechselt hat und unter anderem sind jetzt Nuke im Wettkampf und meine absolute Lieblingskarte Office nun im Deathmatch verfügbar und ja, lasst uns rein starten. Ich kann es gar nicht erwarten. Also Office kenne ich in- und auswendig und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, wie sie das Ganze gestaltet haben. Ich bin sehr aufgeregt. Und es wird gleich Office. Freude pur. Pure Freude ist es auch. Herrlich. Ja, schade. Ist auf jeden Fall schon einiges in der Beziehung. Aber das sind die meisten Karten. Abstimmung. Hm. Es wird Nuke. Es wird Nuke. Okay. Dann gucken wir uns als allererstes einmal Nuke in Ruhe an. Hübsch. Hübsch. Ich mag, dass es mit der Wasserreflexion ist. Das ist schön. Das gefällt mir. Na? Die Drehung geht auf jeden Fall auf. Das ist cool, wie die runtergefallen sind. Nein! Nein! Oh, wie fällt mir das noch mal zu? Oh, wie fällt mir das noch mal zu? Das hält sich auch so schön dumm vor mir jetzt. Das hält sich auch so schön dumm vor mir jetzt. Ich bin auch nicht so gut mit dem Scout. Machen wir gleich weiter. Ja, das ist nicht süß. Nichts gut. Der war besser. 90. Was ist denn abhängig? Aber... Die Reflektion im Spiegel gefällt mir auf jeden Fall. Was ist das? Die Reflektion im Spiegel. Ich muss unbedingt das haben. Oh, schön. Ich hasse die Farmer. Was? Fangen wir mal weg? Absolute Nerds, die jetzt mal gespielt. Schatten. Hallo. Ich hab deinen Schatten gesehen. Das gefällt mir jetzt schon so gut. Das ist herrlich. Das ist herrlich. Ich bin weil ich nicht so gut in Ordnung. Ich bin aber noch mal geübt. Ja genau. Ich bin aber nicht so gut ran. Wieso? Hää! Ich bin kein Problem. Wieso? Kör. Wieso? 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 Ja, da sind wir dabei. Spray'n'pray. Ja, da sind wir dabei. Nein, da sind wir dabei. Hm. Hm. Dieser Schatten. Drückt's euch nochmal an, das ist doch hilfreich. Warum nicht vorher so? Sie strahlen, Frotzi, der dritte, genau. Voll verrissen. Hühnchen. Sogar die Hühnchen machen Schatten. Ist das schön. Was ist das? Siehst du? Wie ist das? Wie ist das? Wieso? 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 Hm, er ist auch Aaaaah, keine gute Idee Eben 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 Schade, nur Platz 4 auf der 3 hat es nicht mehr gereicht. Das ist nicht fair. Das war nicht fair. Und jetzt kommt Office. Wir haben drauf gewartet. Wir haben drauf gewartet. Wir haben drauf gewartet. Nicht! Ist das geil? Wir haben drauf gewartet. 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 Das habe ich jetzt nicht komplett. Das war das Fenster. Das ist okay. Na komm. Schade. Sandwich. Gleiche Waffe. Uh, das hat weh getan. Nochmal. Ja, da war ich nicht drauf. Was ist das Waffenwechsel so schnell geht, ist voll. Stirb doch! Wahnsinn. Jetzt hätte es hier noch ein paar Smokes werfen können. Das stimmt. Uh! Das stimmt. 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 Einen Schuss hätte ich noch gebraucht. Schau, das war noch auf dem 4. Platz, aber... Wahnsinn. Hammer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und in spätestens 1-2 Monaten sollten wir alle daran teilhaben. An diesen und noch ganz vielen, vielen weiteren Sachen. Also bleiben wir mal gespannt, was wir auf uns dann noch alles so veröffentlichen würden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht guckt ihr ja beim nächsten Mal wieder mit rein.